Feet heute Abend, weil das ist ein Party-Schiff... Da machen wir mal eine Stimmungsprobe. Kennen Sie das Lied? Also, das ist eigentlich kein Lied, weil man nur macht... Oh, 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 oh. Aber wir machen es eigentlich nicht. Kennen Sie das Lied? Fangen wir mal an. Oh, 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 oh. Wir sind nicht im Takt. Jetzt, oh 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 oh. Und jetzt steigen wir mal auf. Auch mal umsteigen. Und jetzt kommt's gleich wieder auf. Oh! Oh, der reckt noch mit! Aber dann... Die, wir können noch mit nach unten. Oh, oh oh oh! Oh, oh 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 oh. Und ab! Und ich flieg, 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 wie ein Krieger, bin so schade, schade. Und ich flieg, flieg, flieg immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu ihr rüber und ich nehm, nehm, den ich bei der Haut verricht, ich mach und ich sag, heut ist so ein schöner Tag. Ja, la, 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 la Das könnte so ein Schlumpfplanet sein, gell? Das wär's nicht warten, oder? Was ist denn so ein Schlumpfplanet? Ja, wo sind wir dann jetzt gelangt? Auf'n Schlumpfplanet! Auf'n Schlumpfplanet? Ja, was macht man dann auf'n Schlumpfplanet? Arbeiten, Klopfen, Fliederfinger, tanzen. Tanzen? Ei, du kommender Hunger, ruft uns ins Raumschiff. Ich zeige uns mal, wie man da zu finden. Ruf! 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 Unserer Reise wird ein Abenteuer, auf der Saum Schlümpfe mit Raketenfeuer. Vollgalaktisch in das weite All, fliegen wir mit schumpfen Überschall. Wer möchte mit uns reisen? Wer war schon auf dem Mond? Wer möchte gerne sehen, gerne sehen, wer da oben wohnt? Weltraumschwimmel! 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 Wir werden gerne Weltraumschwimmel! Unser schöner Sofaketen, erreichen wir jedes Jahr. Weltraumschwimmel! Wir werden gerne Weltraumschwimmel! Wohonschwimmel! Wir werden gerne Weltraumschwimmel! ... ... ... ... Und sagt längst die Gatte, die hab ich Hubsa, und sagt größter Stolz, gell? Ja, Hubs, das lernen auch noch. Trainiert, wenn die Gatte, die Bande von Dennis, von der Tamara und von der Charlotte. Ja, und ich sag, Sie haben hier's auch so gut gemacht, dass wir euch natürliche Raketen machen. Stufe 1, Stufe 2, und... Dankeschön. Und Ausmarsch für unser Hellig-Hubsa! Autorennen! 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 Autorennen!